Wenn jemand was sagt, dann wann ich toplanen kann. Wann mal Yon oder sowas noch? Einfach nur, weil das deren Mage-Langler auch schwächer macht, wenn die wenige EDI mitzahlen. Ja, aber wir sollten Katus benden, oder? Die Mage-Langler benden wir jetzt. Aber ich glaube, es ist am Ende keiner egal, ob er dann Brandt, Katus, Morgana oder so spielt. Ja, aber Brandt first picken wir. Dann benden wir jetzt einfach Katus und Diana. Oder Katus und Morgana. Ich hätte gesagt, ich bin EDI mit, Lainer. Ja, aber es gibt zu viele, oder? Es gibt einfach zu viele EDI mit. Yon ist schon bei far der Beste nach dem Barstum. Nee, Yassu ist, glaube ich, richtig gut gerade. Mach die anderen noch raus. 20 Base-Damage-Q bei Yon, ist doch crazy auf der Hände. Ja, ja, ja. Oh, warte, ist er auch Top-Land wieder bei Yon ist sehr viel, also Yon ist echt viel besser jetzt. Aber ich glaube, Yassu ist noch besser als Yon. Interessant, cool. Wäre geil, wenn es so wäre. Also, wenn beide Shadows-Weibe wären, würde ich gerne sehen. Ich glaube, Yassu hat tatsächlich über 50% Win-Rate. Also, der ist wahrscheinlich broken. Yassu. Du hast einen Brandt, oder? Ja, das ist einfach. Just picket. Also, wenn die jetzt nahe gehen, dann spiele ich Yassu. Yassu hat über 10% Pick-Rate und hat trotzdem über 50% Win-Rate jetzt. Okay. Der ist gigabasto, ist er. Der hat jetzt mittlerweile auch 20, 30% Win-Rate. Ja. Also, Flex picken wir ihn jetzt? Nein. Ach so. Ich dachte, das ist jetzt die Conclusion. Wissen wir, ob die Gwen flexen? Ich würde an, dass ich es machen müsste. Ich würde darauf ticken, ja. Ja. Wir können theoretisch einfach Luschen flexen. Oder Tristana picken für Mittel. Tristana, oder wie Tristana ist denn jedes Match-Up? Gib mir einfach Tristana. Wie du willst. Ich denke, wir sollten hier ADC gehen, right? Also, es ist entweder ein Jhin oder Miss Fortune, denke ich. Finde ich beides geil. Sehr gut bei dir. Ja, was willst du? Was willst du lieber, Kani? Äh, gib mir den Jhin. Alright. Jetzt sind der MF-Instalog. Hier, wie siehst du bei NNO Prime aus? Caste ich den Luck-Sets danach noch? Oder wer castet denn? Wird das heute vorgezogen? Wo stehen die denn gerade? Jan, kannst du mir mal in die DM-Slide und mir das eventuell sagen, wie weit die sind? Also, es steht 1-0 für Schalke gerade gegen Antatotis Famagasto E-Sports. Okay. Also, haben wir denn jetzt Caster, die Anyways casten würden? Weil ich hatte auch kein Problem, heute einfach mal zuzuschauen. Die gab's. Also, ich glaube, das wollten, äh, äh ... Weil ich will den jetzt auch nicht ... Und? Und, äh, Two-Stone. Nee, ich will den auch nicht wegsnatchen. Also, wenn die Bock haben, dann sollen die machen. Aber jetzt vom Gefühl her, das ist ja das entscheidende Game für EO Masters. Aber wenn du's nicht machst, mach ich's. Also, ich ... Es wär, glaub ich, schon cool, wenn sich einer von euch ... Ja, Brücke, dann lass's zusammen machen. Ja, das ... Nein. Wenn du's nicht machst, dann mach ich's. Hä? Ein Ben hier, ein Ben hier, ein Ben hier. Wir können's gerne zu dritt machen, ich bin auch gerne down. Ich glaub, das ist ne super Idee. Ja, dann, dann, dann machen wir das alle. Und nur die schlechten ... Und nur die schlechten ... Und nur die schlechten Owner gehen zu Pete Smith, weil die ... Ja, würde ich auch sagen. Keine Prinzipien haben. Ja, aber woher soll ich denn wissen, dass unser Team ... Drei Chancen verliert ... Dass wir mal wieder für den maximalen Content Run gehen? Ja, das war wirklich ... Niemals hätte das ahnen können. Aber hat Pete Smith denn Platz für mich? Wir gehen einfach alle zu Pete Smith. Aber wenn Schaik jetzt 2-0 gewinnt, dann müssen wir direkt ran, ne? Ja, genau. Okay, also du, du, ey, wie redest du denn über Atlantis-Famaguta-Sports? Jan, kannst du das dann bitte an NNOVO weitergeben? Dass wir das dann doch übernehmen? Also wir schicken ihnen Blumen und sind sehr dankbar, dass sie einspringen würden. Aber sie sind jetzt doch wieder gebencht. Danke, Leute. Ein bisschen was Erfrischung. Dankeschön. Boah, ich will auch Erfrischung. Das ist so geil, dass man mit euch auch das Gespräch von außerhalb ... Danke, Jan. Was du sagst, hört. Ist ja so toll. Einfach Leona oder so. Oder einfach. Er ist ja Leona, kein Bock drauf. Dann Brüge so old cancer, natürlich ein guter Band. Brüge freut sich hoffentlich. So. Annie, dankeschön für den Nächsten. Vielen lieben Dank für die 15 Monate. Maya, danke für die 31. Küsschen. Welcome back. Dankeschön, Leute. Ist das lecker. Ja. Was trinkst du? Ich weiß nicht, das ist so ... Whiteberry-Lily, aber ohne Alkohol halt. Ja. Mit gekühlten Himbeeren und Eis und ... Freddy zwinkert dreimal in die Kamera, wenn es ohne Alkohol ist. Seht ihr, wie seine Bäckchen werden schon ganz rot. Oh. Ohne Alkohol. Zwinker, Zwinker. Äh, sorry. Ne. Support. Das ist ein ganz klarer Engel für Alistar. Der ist gebannt. Ihr Mensch. Perfekt. Nautilus, 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 Nautilus. Schnell. Juhu. Juhu. Das Ding ist, ich werde mit meiner Bart-Ulti die komplette Wombo-Kombo von denen aushebeln. Luke, Luke. Ich bin Silent, Silent, Silent. Hey. Ich bin Silent? Okay, ja, okay. Get down low. Oh. Das ist ne geile Draft, um Spaß zu haben. Nicht um zu gewinnen, aber um Spaß zu haben. Das Ding ist, ihr seid so... Natürlich gewinnen wir. Schau dir den Draft an. Das Match war schon mal gespielt. Oh, ja. So, ne, weint. Okay. War das jetzt wirklich... Merfeld, Mr.Gwen, Jungle und ich... Oh, ja. Ihr könnt ja auch Swap by the Roos, aber ich glaube, das ist total zu scheiße. Das ist, glaube ich, bad. Jassu Mitte. Oh, it might be. Might be. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Welcher Franskin ist Pay2Win? Zombie? Zombie, glaube ich, oder? Der war Pay2Win. Das haben sie genervt, leider. Ah. Und der ist auch gar nicht enabled im Lieblingsprogramm. Danke, Riot. Mr. oder Mrs. Anonymous Subgifter. Dankeschön für den Subgift. Und... Schlebei! Dankeschön für die sechs Monate. Danke für das halbe Jahr. Mua! Ja, wir haben ne größte Champions, ne? Fünf Stück. Das wird super. Die Windball ist bestimmt nicht gut gegen uns. Ja, das wird klasse. Die Windball, bitte. Der Bartpick und dann noch der Vladimir zum Abrunden der Draft. Nein, nein, Vladimir ist wirklich horrible hier. Oh mein Gott. Ist schon sehr geil. Nein, nein, nein. Wenn du Snowball ist, ist geil. Das ist das Einzige, was ich als Problem sehe, ist, dass die Gegner inszenen Engage... Taktisches Obst. Danke dir für den Prime. Danke für den Fünf. Vielen, vielen Dank. Und wir vielleicht niemanden haben, der sich reinstellen kann. Ja. Zumindest nicht freiwillig. Der wird sich reinstellen müssen, ne? Brügge stellt sich gerne rein, glaube ich. Aber... Jo, Tchlewey, dankeschön für die Fünf-Gifte. Küsschen. Okay, für dich, Karin, wer jetzt dieses Game. Okay? Ich muss das Leben. I see you. Wird ein Free-Rain. Ja, die haben eine Menge, um das zu fahren, aber hoffentlich schaffen sie es nicht. Und sie haben Gewinn. Ich habe beschlossen, wir tryhardnets und gewinnen das Game. Ach so. Dann natürlich. Dann lass uns entwenden. Oh mein Gott. Ist der in Level 1 nicht ziemlich ingenious? Ja, aber die werden ja wohl nicht zu fünf stehen, oder? Okay. Also letzte Runde wussten sie auch eine Menge. Ja, aber die wird nicht ghosten. Mal sehen, wie viele die Sonne wissen. Mal sehen, wie viele Sonne wissen. Let's get it. Und Wuhlin, danke für die Acht. Tchlewey, bedankt euch brav bei Badge Lebe. Dankeschön, Leute. Jetzt laufen wir schon los. Wir laufen schon hin. Dann mal rein, damit der Kani oder wie auch immer. Ja, ne. Das war's. Du hattest keinen Flash? Ne. Der Skill W und es wird Max Grinch. Ne, ich sammle meine Chimes an. Sie weiß, das ist nur ein Bluff war. Sie hätte den Wort gesehen, wenn sie rumläuft. Hm. Okay, wir müssen ja einen super, super Giga-Safe-Way geben. Weil das Level 1 komplett aus dem Leben ficken. Ja, 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 ja. Also ich denke, wenn Gwen einfach early irgendwo ganken will, killen wir sie einfach. Also wenn sie in die Botlane kommt, wir killen sie einfach. Ich parf weg von euch, wenn ich das höre, geil. Die Landmatch ist nicht so gut für mich, leider. Aber Botlane-Match ist auch nicht so gut für uns, leider. Oder muss ich nicht Blubub starten wegen irgendwie Ability-Highs? Oder ging das so? Weißt, hab ich nicht Press mitgenommen. Was? Oh ja, witness it. Wo hab ich Fleet? Was sagst du, Toki-Law? Ist wohl einfach. Wird schon passen. Willst du gerade pullen, Kani? Das Biest, pass auf. Dankeschön für deinen Prime. Vielen Dank wieder. Ne, ich hab mich für Subs bedankt. Sorry, sorry, sorry. Okay. Du hast entschieden, dass wir gewinnen. Jetzt können wir auch pullen. Scheiß auf, Digga. Scheiß auf, Digga. Okay, sorry, Monze. Was war das denn? Scheiß drauf, Digga. Das hört sich wirklich sein. Ja, schon, oder? Jetzt ist vorhin sowieso das Kind in den Mund gefallen. Ist halt wirklich so. War das Kind jetzt auch eine Monze-Reference? For real, for real. Haben die auch gepullt? Oder die stehen einfach immer im Busch, ne? Ich glaub, ich hab meine Passiv verkackt. Geht erst, geht halt gleich mit Blue-Buff mal. Scheiß, ich bin schlecht. Wait, hat er gehört, dass ich ihn vorhin geflamed hab? Dass er mit der falschen Rail-Stance angefangen hat? Nee. Das wird schon, Leute. Wir machen das. Jep, jep. Not great, buddy. Sorry. Da war auch ne Mord drauf, leider. They know where am. Haben die nämlich ins Weldensniveau, oder was ist da oben los? Äh, ja, der hat Pressure. Super. Okay, nice. Kann aber move, ne? Nee, ne, move bitte nicht. Du musst Wladimir. Bleib auch da. Farm down or lane. Move bitte nicht. Dinge, die man auch nicht so oft hört von seinem Jungle-Lug. Gwen invaded. Ich move, ich move. Ich move. Ich move first, aus Mitte. Ja. Eigentlich wissen wir, dass sie nicht mehr so weg war. Ist das nicht ein Kill? Ist das nicht ein Kill? Ich weiß nicht, ob sie weggeskillt hat. Sie hat auf jeden Fall keinen Ghost mehr. Wladimir? Wladimir? Collapse? Komm, 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 komm. Noch kurz die 100 Gold eingesammelt. Ach. Wie Arsch, man. Was? Genau. Schöne Sache, Harrys. Keine Windfall, keine Windfall. Nee, noch nicht, noch nicht. Hat Wind wohlbekommen? Vier Sekunden. Ah, kommt raus. Schade. Ah, nice. Da kann ich was bekommen. Aber das ist perfekt. Ich hab keinen TP. Ja, ja, ja. Perfekt. Nice. Sie muss eigentlich in die Spotlight laufen. Mitte? Ja, ich komm mit. Wir wissen nicht, wo Red ist, by the way. Okay, sie hat hier Pflanze eingesammelt. Good job. Righteous, brother. Righteous. Limits. Vorsicht, Botlane. Sie hat nur Botzer-Camps. Ich geh base. Sie kann nur Kram an Botzer-Camps machen. Dann geh ich kurz Trimms einsammeln, Brücken. Nein, nein. Ich bin am chillen. Also außer auf Face, dann bin ich nicht am chillen. Yes. Wenn du einfach stirbst, jetzt an ihm wär so witzig. Ich komm bitte, ich komm bitte, ich komm bitte. Na, wait, how? Oh. Oh. Die Tristana hat ihre fucking Lane aufgegeben, um den Scheiß-Toppel, der sich da den Red Buff secured hat. Saftladen da, ey. Zedif, du bist so gut. Das ist crazy. Krass, krass. Mann, da bin ich aber so. Und kein Wort des Dankes. Hä? Ja. Oh, good job, unten. Ja. Ja. Irgendwie sind alle Lanes am Rasieren, außer Mitte. Hey! GwennBot, GwennBot. Eigentlich können wir das nicht wirklich spielen. Ich geh weg. Tritt mich von Mal per E-Mail bedankt. Ja. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Oh shit. Dankeschön. Gut, gut, gut. Schöne Sache. Ich bin Base-Brücke. Okay. Gwenn ist immer noch hier. Wir sind nicht Base. Rale ist hier. Ich hab ein Ego-Problem. Ja, ja. Massives sogar. Aber das ist okay. Ich versteh's auch. Guck, ob ich Rob-Torne wenden kann. Also wir werden safe gleich gedivet. Ja, gar nicht. Aber ich würd auch gerne Klalalo töten, ne? He. Hat der Flash? Oder Barrier? Ähm. Flash hat er, glaub ich, noch. Barrier ist raus. Okay. Da hinten ist noch ein Schrein für dich. Wir werden jetzt Top-Sides. Oh, in Mal per E-Mail-Fight hätte gleich 6, oder? Ja, alles gut. Die hat noch Popper. Ja, ja. Die sind leider noch potent. Ja. Sie macht Crux. Ich hab jetzt meinen zehnten Schein. Wenn ich glaub, einen Volkab zu geben, bin ich Level 6 für Fight. Vorsicht, Top-End of Crux, ne? Das weißt du, Zenive? Ja. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt hier gejailed sind, solange wir nicht sterben. Aber wir werden halt sterben. Wenn du Mitte-Problem hast und zu, Volkab zu geben, ist das geil. Ach Gott, what am I- What am I doing? Macht die dir das? Ach komm. Sorry. Was war drauf, Mann? Ich seh die auch, wenn die hier rüber kommt. Ich seh die auch, wenn die hier rüber kommt. Ja, jetzt pretty obvious, wenn ich da bin, Wardlauch. Was? Sehr gut. Goddammit. Wenn nix wird einfach resetten. Okay, ist still fine. Sehr, sehr gut. Weil dann, ich kann Top-Dean nachmoven hier. Ja, der schaut die Wave ganz seltsam. Ja, ich bin da. Das macht sonst keinen Sinn. Ja, ich bin da. Ich glaube, ich kann die Wave falten. Kommt der nicht raus. Kommt der nicht raus. Ja, der schaut die Wave ganz seltsam. Hat der er so irgendwas geus, Brücke? Fuck. Da ist keine Barrier mehr. Stark, stark, stark. Ich komm Bot-Land, ich komm Bot-Land. Wir können auch noch Drake fighten, wenn sie... Sie müssen eigentlich noch auf Rap-Puff sein. Also die Bot-Land resetet jetzt erst. Resetet jetzt. Ja, ich fang safe noch Camps. Ich probiere sie auf jeden Fall Camps über Drake, aber... Unsere Bot-Land slowpusht. Ja, ich muss jetzt gleich einmal resetten aus dem Mitte, ne? Also... Ja, ist gut. Wir haben einen Flash-Wall benutzt. Ja, der hat schon direkt gemacht. Das heißt, ihre ganzen Off-Side-Camps sind ab. Das ist auch Rap-Torpe, die ich bekommen. Wir können Rapper fast entwenden, wenn sie Bot-Land bleibt. Ja, ich kann mich lösen. Ich glaube, ich fang mal auf die Barcani. Hilf Freddy, ein Reset zu kriegen und... Ja, ich würde jetzt gerne eine Wave pushen. Das wäre cool, wenn du einfach hier rumschimmelst, Karni. Und dann nehmen wir einen Reset und dann bin ich strong. Wir können nicht fighten gerade. Ja, ja. Dankeschön. Da nehme ich glaube ich auch schon einen ein. Ich bin dann gleich wieder da. Blöcke hier. Raylis Mitte. Ja, der freest mir nur ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Windshot-Bots. Ja, ich werde Rapper vielleicht ein wenig gehen. Einfach weiter effizient fahren. Mach sie jetzt auch. Wollen sie etwa diven? Mit dem Meter-Push? Ja, ne? Ich habe leider noch keine Wards. Actually, ich habe gleich einen. Egal. Oh, die Kappe. Nehmen sie den, wenn du willst. Darf ich wirklich? Du kannst dich nicht einfach W- Nein, 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 nein. Ich werde Rap-Buff machen. Ich mache vordere. Ich glaube ich. Ich werde Rap-Duff. Äh, Rap-Dust und Rap-Buff. Wenn es geht, dann wird Prius gut. Oh, sie war gerade erst hier. Ja, nein. Du lenkst irgendwie unschillig, ne? Ist auch Rap-Buff drauf? Coming, coming. Ich habe Mad-Pressure. Fünf Sekunden nach. Ah, das war, what the fuck? Oh mein Gott, das ist so strong. Ah, das war wichtig. Was? Scheiße. Ich darf direkt die nächste Phase der Yasuo jetzt kommen. Ist das kein Sun? Der kommt direkt zu dir. Ja, er steht da. Trotz Double Sun, ne? Ja, ja, ja. Das ist nicht gut. Ich glaube, es ist nicht gut. Ich glaube, es ist nicht gut. Es ist immer noch Full-HP. All right, all right. Ich kann einfach runterkommen, falls sie dich da haben. Obwohl du, nein, das kann ich nicht. Äh, nee, tun sie glaube ich nicht. Ich versuche es mir anzubieten. Ja, ich bin da. Ich werde für Klukadelo gehen. Hat die, hat die Ren ult? Ja, hat sie. Oh mein Gott, der Auto kam nicht mehr raus. Der hat Barrier und Flash benutzt. Uh. Nice, Chef. Guter Snap. Wichtiger Snap. Ich muss kurz Chime suchen. Dann habe ich Mana. Barrier von Ezreal. Gut Job. Das war Ignite, Rel, Ult, Barrier und ich weiß nicht, ob es Flash auch noch war. Flash habe ich auch nicht gesehen, das weiß ich. Ich glaube, Flash auch noch. Flash und Ezreal könnte es gewesen sein, ja. Ja, ich glaube, Flash, Barrier und Ignite. Ja, stimmt. Genau, genau. Ich habe ihn angeflasht, es ge-ed und dann ist er geflasht. Ja, ja, ja. Gut Job, Chef. Wir haben wirklich alles gezündet. Anni, Anni, oder? Für Goobies? Ja, ja, ja. Ich habe auch Ult bis dato. Ich habe Ult, Rel nicht. Für, für Goobies. Oh, vorst du mit dir, maybe? Ja, wir kommen, wir kommen. Wir sind weit weg noch. Kann er vielleicht noch wohl für dich? Äh, ich kill jetzt meine Bombe halt nicht. Peace. Oh, mehr habe ich da nicht. Ich habe aufgehört zu hütten. Fuck, ich dachte, ihr habt ihn. Nein, ich wollte den Kill nicht klauen. Aber ja, sorry. Top-Land, maybe? Was passiert da? Du kannst mich jetzt schon allein lassen, also Top-Land helfen. Ich glaube, dass Brücki eher Hilfe braucht. Ja, kannst auch Bot-Land gehen, das ist auch fein. Gwen, Gwen moved auch noch unten. Das ist auch in Ordnung. Ja, die werden dich da halten, Brücke, wenn du hier aufpasst. Mhm. Ich bin auf dem Weg nach unten, wenn du kurz. Ah, okay. Ah, maybe? Ich komme auch direkt. Ich komme auch direkt aus der Base. Willst du fein Sinif? Ich move. Gwen, Gwen ist auch da. Ult in 40. Kurz zu. Echt, Brücke hat beide Sums. Der outplayt dir. Das ist eigentlich Triple-Kill Brücke 1. Ich habe mich da mal outplayen lassen, for no reason. Ich hätte ja SS-Kill sein. Das ist okay. Mach dir nur noch die 6,5-Gubis. Ich gehe Base für Drak. Hol dir deine Platten. Du hast dir die verdient. Oder hat er Teleporter, also musst du wissen. Ich nehme eine Platte. Der Stunner? Sorry, ich weiß nicht. In the heat of the moment denke ich an sowas. Ich hätte so sagen können, aber es war mir gar nicht so wichtig. Alles gut. Alright. Schönes Ding. Well played, Brücke. Ja, Boys. Ich laufe zum Drachen. Ich hasse dich. Ja, ich weiß. Du kannst gerne hier so warden und sie spotten, wenn sie da langmooft gleich. Nein. Nein. Okay, gut. Zwei. Ich hätte lieber gerne 300 Gold gekauft. Aber ja. Ich helfe hier bei Drak. Poiski, Poiski. Die ist immer noch hier. Die Rel ist immer noch nicht Base. Dragon ist Goomba-free. Malfahrt ist nicht da. Bot. Rel, wer sehen sie? Hat der Ult wieder? Ja, ne? Ich bin tot. Oh, wir haben die Rel bekommen. Wir haben Rel und Drake bekommen. Die Gwen ist top. Die Gwen ist top. Ich glaube, wir könnten Melford einfach killen, oder? Eh. Ja, nicht schlecht, wenn er in der Mitte kommt, weil er kriegt... Nice, 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 nice. Es kann niemand bei dir sein, Brücke. Du bist komplett allein. Du kannst selber Töten nehmen. Bot Töte ist auch sehr, 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 sehr low. Ja, nutzt die Goobies. Ich liebe das. Geht man noch Flickerblade Second? Ja, ne? Ja. Oder Blutlustern machen die Chinesen aktuell. Aber mag ich gar nicht. Sieht scheiße aus. Ich hier? Bot Lair? Ja, das ist richtig. Die haben dabei Livestay gekauft, die Chinesen. Warum auch immer. Habe ich nicht verstanden. Ja, das habe ich auch schon gesehen. BT ist, glaube ich, einfach Ultra Value, oder? Muss wahrscheinlich. Ich meine, dieser MF-Bild ist doch auch jedes Game mittlerweile. BT für Rush. Ich glaube, das reicht schon. Das war eine schwierigere Geburt, als erwartet. Nein, ich lass ihn doch auch. Das ist jetzt sehr okay. Das finde ich sehr gut. Hat der erste Flash? Ja. Ne, hat er nicht. Nur L ist unten. Nur L. Melfight. Melfight. Ich weiß nicht, ob der TP vielleicht haben könnte hinter euch. Nein, das gibt doch. Ich würde schon ganz gerne Herald spielen. Ne Fliege. Ich bin auch immer. Ich bin schon so weit vor Dein Stacks. Viel besseres Smile. Da bist du gar nicht, weil der für 20. Ich bin auf dem Weg. Wir sollten auf jeden Fall den nicht abgeben. Ne, ne. Sie macht sie nicht. Können wir den chasen? Kannst du fighten gehen? Oh mein Gott. Kannst du fighten gehen? Fuck. Ihr habt keine Ulti gelandet. Melfight war bot sein. Melfight war bot sein. Der ist hier. Der kommt jetzt zurück zu euch. Luke Stein. Luke Stein. Luke Stein. Luke Stein. Gleich kommt Stein Ulti. Stein. Okay, gut. Schau mal. Lass dich mal ruhig bleiben, Junge. Du stößt deine Aula. Ich kenn mal eine Limmel. Du stößt mein Chakra, Bruder. Äh. Eigentlich wird Probe OP. Äh. Ich geh jetzt bot, ja. Will ist top. Ich find immer, wenn du diesen Flicker Blade und Blade dann hast, dann machst du irgendwie gar keinen Schaden. Jetzt brauchst du mittlerweile auch Blue, weil das gute Mana kostet, ne? Hier ist ein Blue, aber ziemlich weit entfernt, ne? Ja, weiter komm her, ne? Okay, Karl, ich bin gleich mit dir auf der Karte. 20. 20 Ult. Ich bin Probe OP. Ja, ja, ja. Wir sollten Blue Up spielen am liebsten. Zehn Sekunden. Mhm. Okay. Wer mal verlottet, ich flash das Lachhaft. Werner. Ey, wir brauchen eigentlich nur eine Mitten Rave. Oh, die Rale ist gerade drüber gehackst. Ey, die sind hier, ne? Ja. Ich brauch dich gar nicht. Na, das ist eigentlich nicht so... Scheiße. Äh, Vorsicht. Ja, ich werd, I guess, äh... Wir werden Barrier brauchen. Wo auch nur was am Frontline. Naja, I mean... Ich glaub nicht, dass wir da entern dürfen. Ich glaub, wir sollten einfach die Rale straight... Straight einfach irgen Q'en töten. Ja gut, ich mein, ich hatte Q gemisst. Sie ist rüber, sie ist raus und dann war's das. Alright. Dann, my bad, my bad. Ich glaub, wir müssen den ersten Mitteln Rave nehmen. Und dann haben wir Brückli hinter uns. Ich glaub, wenn der Rale unser Gesicht spammt und an dem Punkt sind wir's einfach hinten. Aber, ja. Oh, shit. Oh, mein Gott, nein. Oh, maybe. Oh! Okay. Der Heer-Lower-Ground-Abuser. 35 auf Ult. Oh, du geile Sau! Stopp in dir! I didn't do anything. Ha, ha, ha. Bei mir ist gerade Weltuntergang, hä? Ja, das ist nicht mehr so warm. Oh, das ist nicht mehr so warm. Ja. Oh, es ist so schön kühl! Die Welt geht unter! Ich glaub, ich geh mal den SL jagen. Hast du W, Brückli? Ich hab W. Nice. So gut, Leute. So gut. Schön. Der nimmt unten mit Bounty. Wenn du noch hin kannst. Und danach dragon? Ja. Mit dem Death-Timer. Der ist schon relativ weak, der Malfight. Also gegen Tolkien. Ich bin, ich bin strong, aber ich bin auch in Frontline. Ich glaub, wir werden in jedem Engage später sterben. Ich geh voll in Tankbrand. Wir haben Wladimir, oder? Also schon. Gibt's ne Welt, in der ich adapt-at-at-at-game gehe oder so? Also, einfach Tankbrand? Gibt's nicht ne Welt, in der du Sonjas spielst? Einfach rein bohlst? Und Sonjas? Ich hab gerade Harrod missklickt. Oh, oh. MB, MB. Willst du mit Botlane? Ich fahr runter. Äh, okay. Ich glaub nicht, dass es gut ist. Malfight kann TP'n. Ich glaub, sehr schlecht. Ich hab ein Splett. Ich weiß. Tschüss. Ja, aber du musst ja nicht fahren. Okay. Die werden wahrscheinlich jetzt auf dich schauen, Fred. Ich fand das sehr lustig, Tolkien. Top 10 Harrod Usages. Ja, ist schon sehr scheiße. Wenn ich 6-0 gehe, dann 1000 Goldbote gebe und dann nochmal sterbe. Ist schon sehr scheiße. Ist schon sehr scheiße, aber ist auch sehr witzig. I guess, ja. Ja, wir können nichts machen da, ne? Nee. Warte, 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 warte. Mach lieber Top 10 Player. Ich kann hier anstatt dazu. Ja, 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 ja. Wir werden zu wichsen. Ich glaub, ich war auch schon too late jetzt. Gepennt. Ich glaub, Zenf kann einfach Diven, oder? Ich komm hier um Zenf. Nice. Das Ordnung ist einfach ein cooler Nash. Oder nicht? Einfach nachmachen. Maschine. In den anderen Minuten. Machst du mit mit so'n Falten? Ja, ich komme. Hintenrum. Oh mein Gott. Ich bin auch da hinten rum. Aber du kannst, wir können das hier schon spielen, oder? Ich unterwache einen gleich, wenn ich's darf. Okay. Wir sind auf jeden Fall in it. Also, ich kann das hier spielen, oder? Also, wenn ihr mit Malfall uns hören, bin ich aber dead, by the way. Ja. Ob ich wissen das. Ob ich wissen das nicht. Ich hab Malfall Schild fast bekommen, Leute. Das ist aber in der ersten Minute. Es ist free. 100% free. Ich glaube, actually, es ist wieder so eine Situation, wenn ich mich da opfere. Oh je. Das ist actually gut für uns. Wenn ich einfach nur stehen bleibe und sterbe. Der Schlimme ist, ich glaub, du hast sogar recht. Oh mein Gott. Aber eigentlich, du bist auch 200 Gold Shutdown. Also. Ja. Aber dafür kriegen wir einen Fight, der vielleicht unser Vorteil ist, wenn die alle das Spells raus haben. Ich glaub, irgendjemand muss halt so Spells tanken. Vielleicht. Hm. Maybe Ovax Sineth und Malfito. Und mein. Meinen Geheimtipps sind auch Sineth dafür, aber. Ich glaub, wir war durch mit der Kling. Hat Malfall, hat Malfall ult Sineth? Ähm. Malfall habe ich nicht gesehen. Quinn hat nur geghostet und geultet. Und wenn ich nach oben. Ist das 100 Gold wert? Das ist aber nicht so ein großer Check. Danke. Check. Was für ein Lars. Nice. Guys, kennen wir Nash. Guys, kennen wir Nash. Hat jemand einen Pinkwatch? Hat jemand einen Pinkwatch? Wir haben TP erst in 30 leider. Äh, Smite man nicht. Ich hab TP jetzt. Smite, Smite meint. Smite meint. Kein Smite für 20. Soll ich unten pushen? Ich. Nein, nein, nein. Ihr braucht nichts. Wir brauchen DPS. Wir müssen auch fighten. Am besten geht das Hunter durch zonen. 10 meine Ignites. Sind wir uns noch sicher über diesen Nash? Ja, wir sollten fighten. Wir sollten fighten. Bitte nicht noch weiterhitten. Wir müssen da rein irgendwo. A little Pokey. Ah, scheiße. Wir rein sauen können. Können wir Blas kann hinten? Ich hab Smite, ich hab Smite. Okay, let's flip. Wenn Gwen reinkommt, dann... Oder Trissano holt sie weg. Ja, hier ist es. Trissano holt ab. Nice. Besser. Aber schlechter Flash. Ach, Goddammit. No way ist das nicht in Rain. Ah, scheiße. Oh, der Fleady? Leider nicht. Das war eine Katastrophe, oder? Ja. Wenn zwar einer lebt. Maybe, okay. Oh, mein Gott. Gross, Mann. Auf der Haben-Seite ist jetzt keiner wirklich mehr davon, dass die rumspielen kann. Weißt du nicht, wie wir später spielen werden, wenn... Also wir können halt nie irgendwas tanken eigentlich, ne? Also ich glaube, wir würden Fights schon gewinnen. Wir haben halt Nash getankt. Ewig lange. Aber das war 5 gegen 3. Wir hatten 2 Kills davor. So ist nicht. Ja, ne. Ich hab auch beide T-P. Vielleicht einfach Nash schneller flippen sollen. Ich mein' mir mal besser einfach schnell durchziehen, wenn ich sobald ich ein Smart hab. Wenn's dann mein E-Flipper ist, dann mein' das Warflip. Okay, aber das ist jetzt... Also jetzt sind alle Objectives weg. Äh... Wir gehen jetzt einfach... Cineve geht, bohrt er das? Und ich gewoh? Und dann... Wir kommen jetzt langsam die Punkte in Dummy und dann werde ich auch Ultra-Strong in den beiden. Ja, Cineve kann ja gefühlt alleine carryn. Genau. Und dann noch 2 Items. Ja, Mobility kriegen wir ja auch noch Light, ja. Mir ist heiß. Und zu allen, Bro. JD, danke für den Prime im 10. Kuss. Welcome back und gute Kühlung. Schöne ich Top-Seite rein, Cineve? Oder... Was ist der Play? Äh, ja, komm wir. Ja, ja, ja. Bei dem wird's, glaub ich, safer. Wenn's halt auch, vorsichtig, 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 die werden nicht engagen. Vielleicht einfach fighten, wenn's geht's. I can't do anything. Ich muss raus dann, ne? War Flash-Rot-Malfeat, Flash-Rot-Malfeat. Nicht bad. Unten pushen. Seine... Nicht, 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 nicht. Nicht gut in den Schuhen. Aber ich kann da nicht hin, honestly, it's a wave. Ich bin jetzt zum Deck in. Oh, Rail ist hier, Vorsicht. Ich mach jetzt mit dem Play. Alright. Bei dem freien Mittag? Nee. Ich komm für Wave-Q. Jomei, wo bist du hin? Nee, du musst unten pushen. Du kannst auch sowas... Du darfst nicht das Tempel rausnehmen, in dem du, ähm, Coolness machst. Fairpoint. Marval? Aber wir können verhindern, dass die weitergehen. Ich glaub, wir können verhindern, dass die Drake machen. Jep, 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 jep. In dem Sinne war noch eine lange Zeit nicht base, dass wir fighten. Auch noch World-Stuff. Also, wir sollten, ich denke nicht, dass wir Team fighten können, ohne Frontline. Wir sollten eins rein spielen und damit Karni Catches machen. Ich glaub, anders geht's nicht. Und dafür müssen wir aber Sidelane pushen wie Motherfuckers. Und die punishen dafür, dass die zuviel Numbers auf einer Lane haben. Kann ich brauche Hilfe? Ja. Das ist eine sehr krasse Over-Extension, ne? Und meinem Arsch? Jawoll. Oh, das war smooth. Ich glaub, ihr gewinnt das. Sehr, 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 sehr hart, ja. Nice. Unten? Reona? Rell, Rell, Rell. Brücki wurde Malfighted. Brücki wird Malfight-Uldert. Hm, ist okay. Ihr wollt weiter fighten hier? Gut. Da ist noch ein Azur, ne? Ich weiß nicht, wie viele Spiele er hat. Ich glaub, ihr kommt nicht an den Azur ran. Egal, so. Ich hab einmal E-Hit oder ein neighbor. Ist nicht gut. So, äh. Ich glaub, theoretisch wird ihn einmal gesucht. Easy-Monodententures. Dankeschön für die First-End-Prime. Willkommen, Clumsy, danke für die 19. Ein bisschen. Vielen Dank euch. Dankeschön. Äh. Ich glaub... Also, wir müssen jetzt immer die Side-Lane einfach reinpushen. Wobei Brücki ist auch sehr fett. Hm. Also, wenn wir keinen Flash haben, ist die Malfight safe. Wir kriegen keinen... Wir kriegen... Wir kriegen aber keinen Teamfight rein. Wir kriegen keinen normalen Fight, ja. Wir müssen... Wir müssen safe 1-2-1 spielen. Volkin, ich weiß nicht, welcher du überhaupt chillen willst. Vielleicht shatterst du jemanden. Keine Ahnung. Sonst bleibst du auf Mitte. Oder in Farms. Ich hab wirklich eine neue Idee. Ja. Ich bleib mal weg vom Malfight, I think. Weil ich Ulte in der Waller bin. Dann müssen wir mit Bart, äh, Ults Leute catchen auf Side-Lane. Mhm. Da ist Rassana schon im Volkani. Ja. Ist besser als Wadimir wahrscheinlich. Die Crocs werden schwer in Herzens geskippt. Ich warte noch kurz am Base. Für 20 Gold. Rael ist Top-Side. Ach, Malfight, ja. Du hast so meine Bot-Lane. Du kannst jetzt schon hochgehen. Ja, ja, ich stell mich hinter Trissana. Ich stell mich hinter Trissana. Du wirst halt, wenn der Malfight wird, wahrscheinlich hier hochkommen, ne? Der ist Bot-Lane. Jetzt gerade sind wir Bot-Lane. Die Mitte kann halt hochkommen. Die Duel-Lane Mitte. Rael ist schon hier auch. Ich glaub wir müssen... Aber sowas... Diese Shifts und so, das kriegen wir zehnmal besser als die. Safe. Jetzt hier auf die Gwen. Ich hab... Wir können jetzt mit Malfight auch gewächst sein, ne? Ihr könnt das nicht mehr spielen. Wir sehen, wir sehen Bot-Lane nicht mehr. Ihr könnt das nicht mehr spielen. Es tut... ist nicht mehr das Timing. Wir müssen raus. Lass Mitte hart pushen. Oh, das ist ein TP. Jetzt kann ich... Ich kann so viel machen, Bot-Lane. Malfight Mitte? Äh... Ja, TP. Also... Ach, Mann, ey. Das war unteren, denk ich. Ich glaub, ihr kriegt die Mitte dafür. Immerhin. Und du kannst unten pushen. Ah, Malfight ist... Ich werd Tier 2 nehmen halt. Oben. Oh, ich hab kein besseren Playergeist. Ich geb echt. Ah, Scheiße. Man ist ja wahrscheinlich Tier 2 für Tier 2, oder? Ich geh nicht mehr, wer ist. Ist ja schon weg. Ja, die Gwen ist leider sehr stark. Ich bin... also... Die Gwen ist... Crazy, dass die da... Die nimmt actually den Tier 3 sogar auf. Ich bin jetzt ab. Fighting. Honestly, fighting. Da würd ich damit rechnen. Da draußen. Ja, ist nicht dumm genug. Wahrscheinlich Play zu Ende. Denkler, du hast keinen Teleport für Nash sehen, lieber, ne? Ich geh als Base. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt dann swappen praktisch. Ich geh jetzt da runter. Ich geh als Base. Wir müssen den Lash halten. Rel ist auch noch bald. Boah, ich muss ganz schnell einen Base finden. Ich... Ja, ich hab gesagt, take mid wave. Mhm. So, der Damage ist da, glaub ich. Okay, sehr guter Coin. Wollen. Wollen wir mal rein. Wollen wir mal rein? Wollen wir mal rein? Ich hab das unten da. Wollen wir... Können wir den töten, Freddy? Wir können ihn wahrscheinlich nicht töten. Wir können ult ziehen. Actually, wenn Melfight nicht da ist, solltest du vielleicht für die Mitte schauen, no? Ja. Ja, ja, ja. Ganz schnell der Koi. Coming, coming. Wir gucken auf uns. Ich bin won it. Ah, ist das crazy. Melfight, Flash und Ult ist raus. Das ist actually trotzdem big. Ja, aber wir... Ihr könnt mal gucken, ob wir Seele halten. Oh, Brücki? Ah, schade. Ich komme, Brücki. Ich komme, Brücki. Wir spielen jetzt zusammen. Du kannst auch auf TP gucken. Die können safe nicht spielen, doch. Ja, nice. Bleib auf dein, bleib auf dein, bleib auf dein, bleib auf dein. Sehr gut. Ich glaube, wir können zwei... Ich komme, Brücki. Ich kann einen extra Drag anspinnen, maybe. Ich hab den Ezreal ulted, by the way. Das ist einfach ein sehr geiles Balance-Thing auch, muss ich sagen. Oh. Nabat. Hits clean. Wenn das fucking rastet. Das ist so crazy. Mann, dass der Ezreal doch nicht stirbt. Ahhhh. Ich weiß halt nicht, wenn der Melfight jetzt hier hinkommt, ob ich... Du bist recht. Du wirst schnell. Also, das glaube ich, ist immer noch gut dabei. Abton. The try. Sieht gut aus. Die kriegen halt nice leider. So wie es aussieht man hier, aber nice. Yip, yip. Dann, wenn es noch Ezreal ulted kommt, dann zählt sich. Ne, der hat keine Ulti. Boah, der Champion hat alles bei Sekunden 0. Boah. Er dreht dann so schnell auf, wenn er seine Q spammt. Das ich den da nicht kennen kann, ist so. Ich weiß nicht, Brugis kommt ganz geil. Wenn Melfight bot dann ist und du kannst bitte kommen, Karni, können wir actually wir engage in der Mitte. Ja, ja, ja. E-Ulten. Also, Brugis kommt war gut, I think. Wenn du bei uns bist. Aber ist halt schwer. Also, du kannst gerne Freddy shadowen, bis wir Melfight sehen und dann wieder zurück zur Mitte kommen. Ja. Level 18 davon, wenn ich haben darf. Ah, schade im Moment. Gwyn ist unten. Können wir die killen, Freddy? Die hat keinen Sonja. Also, du musst den Stunt finden. Das ist nicht so easy. Die hat ihr Schild. Ja, wir müssen auf jeden Fall Pash abgeben. Wenn die jetzt mit in die Bot dann spielen, wenn du... Ja, wir versuchen es einfach, oder? Uah! Okay, das war sogar Mids dann. TP instant auf Botlane. Der ist von hinter euch vor euch TP'd. Das ist ja ganz sehr schlau. Ja, ich bin tot. Melfight Ult, Yasu Ult. Aber das ist ne Menge. Melfight Ult, Yasu Ult. Das ist gut. Big Damage. Nice. Nice, sehr schön. Mitte, Mitte, Mitte. Oh, nice. Ich laufe mal hier in den Busch rein. Und dann sehen wir, was passiert. Die wird an der Groom oder so. Immer außen rum. Hör mal. Seh ich wie crazy wie tanky die Rel ist. Obwohl sie... 5 Damage-Items hat. Was ist der Call? Sonnathast-Item oder Deathcap? Alter, Leute. Das ist der krasseste Sturm, den ich je gesehen hab. Man hört das sogar, wenn du redest. Ey, ich hab so was noch nie gesehen. Bei mir geht letztens grad die Welt unter. Hoffentlich bleibt dein Keller trocken. Ich glaub, an mir ist grad ein Baum vorbeigeflogen. Ohne Scheiß. What the fuck? Ein ganzer Baum ist grad, glaub ich. An mir vorbeigeflogen. Hier ist ne Gwen. Hier ist ne Gwen. Ich glaub, ich bleib einfach im Busch stehen. Ich werd nicht engagen. Wenn die nicht engagen, werden die killen. Ne, ist schon weg. Ja. Trotz, ob ich spielen kann. Ja, ich bin hinter euch. Wenn die Crux macht, wir müssen fischen, I think. Ein bisschen. Oh. Kann ich mal das auslösen? Kann ich mal das auslösen? Warte ein bisschen eh jetzt. Okay. Ich glaub, ich kann da nicht reinlaufen da. Ja. Ja, ne. Da ist es mal nicht so recht. Ja, so ein Champion. Ey, was ist das Game? Hinten damit? Ja, ne? Ja, ne? B drücken. Wir machen halt gar nichts für dich. Könnt ihr nicht helfen halt. Ja. Ja, ja. Ich kann nicht hinten Seniva. Es tut mir leid. Oh. Aber es ist so tanky Seniva. Ich glaub, da komm ich nicht raus. Ich hab geintert. Nein. I'm sorry. Ja, ne. I think wir haben gut gespielt. Bisschen geintert hier da links, rechts. Und dann auch Drafted mit rein spielen. GG. Ja, ja. Da haben wir hart gechoked. Dann werden wir halt auch sehr Inti's. GGs? GG. Aber? GG. Aber ich glaub, wir sind immer noch dabei. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und ich glaube, wir sind perfekt im Timing-Fan in O-Prime. Ey, das ist, das ist, das ist, ja, das ist something, ja. That, that's something, right? That's something. Wir wären nicht der Tag gewesen, wenn wir deren Exes genommen hätten, ne? Wäre jetzt zu spät. Oh mein Gott. Haha. Freddy wird eh bald weggeweht. 2-0 verloren, ne? Ja, aber das ist, ja. Ja, das ist blöd. Bei mir hagelt's. Da sind riesige Hagelkörner. Alter, was passiert hier? What the fuck? Alter. Äh, ja, wie sieht's aus, Brücki? Du kannst mit mir, oder? Äh, ja, Tolkien wollte doch, ne? Ey, wir machen zu dritt. Ja, wir machen zu dritt. Let's go. Ja, jetzt hab ich, ich hab, ja, jetzt hab ich, ich hab, ja, jetzt hab ich ja gar nicht zuschauen. Nö, 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 der Zug ist abgefahren. Na gut, aber, dann brauch ich kurz fünf Minuten. Okay. Ist ja fein. Also, ab dann, ab dann, ab dann. Ja, Jan, Jan, mach an in Lachs, dann können wir gleich alle reinraden. Ja. 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 Ja.